moin und herzlich willkommen zu 912 den rohstoff tagesausgabe der formationstäter am montag dem 15 januar 2014 und thema des tages heute nie nicht griechenland griechenland ist schon wieder thema von gestern das hatten wir gestern in der einzelwerte sektion was es geschaut haben wir miteinander gesprochen thema des tages heute tony romo kennen sie tony romo sie kennen tony romo nicht wenn ich ehrlich bin ist es auch nicht so schlimm ihm ist es als quarterback der dallas cowboys gelungen ein 14 zu 0 oder 0 zu 14 muss man sagen und sieben zu 20 im wildkite playoff spiel gegen die detroit lions umzubiegen am ende tatsächlich mit 24 zu 20 zu gewinnen das ist mein comeback wobei man sagen muss silber frei hat heute auch ein kleines comeback mit plus 2,2 prozent wir hatten zwischenzeitlich über drei prozent dann haben wir hier gold plus 0,75 prozent platin plus 0,7 prozent und da unten zackertumpt ist schon wieder bei den energiewerten airbob gasolin minus vier prozent freunde demnächst fahren wir alle an die tanke tanken die karre voll gehen dann rein der tankwart gibt uns wahlweise eine cola aus oder ein kuss auf die wange und dann können wir unsere fahrt ohne zu bezahlen fortsetzen anders kann es nicht kommen dann haben wir und die steuern brauchen wir auch nicht zu zahlen ist doch klar gut minus vier prozent brand minus fünf komma drei prozent und wissen sie wenn ich hier sehe gut 50 dollar ja dann denke ich mir mensch da müsste man noch vielleicht doch kaufen können dass ich ihnen ja schon seit ewigen zeiten sage nee nicht kaufen was war das herrlich ist wenn ich gekauft habe seit 66 werden auch schorten können ich weiß viel zu überverkauft viel zu politisch um hier irgendwas auf der bärischen seite zu machen und wenn ich mir diesen chart angucke ich will auch nichts auf der bullischen seite machen ganz sicher nicht wir hatten dass ich mich daran erinnern können warten sie zurück 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 hier war das da hätte ich ihnen gesagt dahin könnten wir hin laufen in richtung 60 da haben wir nicht ganz die 60 gemacht haben gesagt stop loss anpassen und wenn der dann nämlich hier eine bärische konsolidierung macht und gucken sie das ist hier ist die stange das ist das dreieck dann hätte ich das ehrlich gesagt über den stundenchart getradet über den tag traue ich mich hier nicht noch irgendetwas auf der bärischen seite zu taten und bullisch alle zeiteinheiten sind short und wenn alle zeiteinheiten short sind dann sollen es andere kaufen also wie gesagt ich verlasse mich darauf dass ich bald beim tanken nichts mehr bezahlen muss eine gewisse übertreibung also schauen wir auf silber bei silber hatte ich ihnen gesagt dass wir hier über den stundenchart ein absteigendes dreieck haben was mehr bärisches als das ist bullisches und und falls diese unterstützungszone im bereich von 15 50 fallen sollte dass der markt durchaus potenzial in richtung 15 zu laufen dass man aber wissen muss dass das hier eine große unterstützungszone ist und dass der markt ich weiß nicht ob es 15 dollar sein wird oder ob es 14 50 sein wird das steht noch nicht im chart falls er diese zone nicht halten kann dass hier nicht übergeordnet bärisch aufgeben wird und dass wir dann noch mal potenzial haben etwas auf der bullischen seite zu machen und falls diese unterstützungszone bricht dann kann man ganz kurz kurz jetzt auf der bärischen seite jayden heute macht der markt an der sehr starke bullische bewegung mit wie gesagt zwischenzeitlich über drei prozent das traurige ist ich wüsste nicht mal wie ich diese drei prozent hier hätte wirklich auf der bullischen seite taten können auch im intraday bereich kann ich nach wie vor nicht habe ich mir gerade angeguckt dachte ich kann ich sagen ja mensch man hätte ja im intraday verlauf das und das machen können sehe ich gerade nicht jedes jahr aufs neue wieder zum 24 haben wir immer diese lücke die mich ärgert weil es schwer macht den 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 chart zu beurteilen nichtsdestotrotz ist es so dass wir hier über den tag wohin gelaufen sind genau 20 und 50 tage linie ist eine widerstandszone und deswegen ist das hier auch nach wie vor keine gute zone mit etwas auf der bullischen seite zu machen wir haben hier über den zehn minuten chart jetzt angefangen eine bärische keilformation zu bilden falls die bärisch aufgelöst werden sollte hat der markt nochmal potenzial hier in richtung dieser tief zu laufen nämlich hierhin 15 50 so ähnlich wie wir das auch hier hatten bullische kerze abverkauft worden bullische kerze abverkauft worden bullische kerze abverkauft worden fragezeichen weiß ich nicht erst wenn der markt einen tagesschlusskurs oberhalb der 16 30 macht oder einen schluss stunden schlusskurs oberhalb der 16 50 haben wir potenzial in richtung 16 88 zu laufen alles nichts was mich ehrlich gesagt für ein swing trading interessieren würde weil das auch zu viel widerstand ist es oberhalb dieser widerstands zone oberhalb der 17 dollar hat der marktpotenzial ein dollar mit platz zu machen und das wäre dann etwas was mich interessieren würde und auf der short seite wie gesagt falls denn diese horizontal unterstützung bei 15 50 nicht hält kann man in richtung 15 dollar trading nur muss man wirklich dann über die stunde ganz eng maschig sein stop loss anpassen können das ist dann auch wieder etwas für daytrader wenn wir uns gold anschauen ein ähnlicher schlag da unten ist so viel unterstützung hatte ich ihnen gestern gesagt würde mich schaut nicht interessieren da oben laufen wir in den widerstand würde mich auch nicht interessieren mich wird ehrlich gesagt eher interessieren wenn der hier das bullisch auflöst über die 12 30 geht in richtung 200 tage linie geht dann noch mal zurückkommt tatsächlich dass eine inverse sks ist die nacken linie dann testet dann würde mich das gerne er würde mich das interessieren zumal wir dann schon mal an der zonata waren die vielleicht ja geschwächt haben wenn jetzt in einem durchliefe dann ist es wieder das berühmte spiel ich werde nicht durch die zonata linie und wenn er durchgeht dann sagt alle wie kann man das nicht reden im nachhinein also das waren sechs prozent das war doch klar dass der steig dann bin ich wieder der deb nehme ich gerne an aber hier heute jetzt weder nach da noch nach da möchte ich bei gold was machen nur zu gucken und dann mich freuen und sagen ist ja hochgegangen oder ist nach unten gegangen aber trainen möchte ich das hier gerade ehrlich gesagt nicht wir haben ja heute abend noch ein webinar für die absolventen unseres mentor programms und deswegen weiß ich mich heute auch kurz morgen gibt es eine schriftliche ausgabe auf unserer seite liebe youtuber wenn sie sonst wo gucken auf irgendwelchen diversen portalen schauen kommen sie gerne auf unsere seite da macht ihnen patrick eine schriftliche ausgabe und er macht die so gut er macht die so gut sie werden es verpassen meine ausgaben müssen sich nicht anhören da da verpassen sie nicht aber patrick wirklich ich großer fan macht das ganz großartig sind sie ganz herzlich eingeladen denken sie daran wenn sie mal wieder sich denken mensch kruz sieht ja ganz schön billig aus so als wir hier waren könnte man nochmal jetzt hier reingehen und sie legen keinen stop loss rein weil der muss ja wieder kommen denken sie daran der markt ist nicht logisch und was sie immer so schön sagt die fantasie des menschen reicht nicht dafür aus was die börse so treiben kann und deswegen treten sie bitte wann immer sie treten mit einer vernünftigen positionsgröße und treten sie es immer wann immer sie treten mit einem stop loss haben sie ganz herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit wenn sie mögen sind wir selbstverständlich wieder für sie da morgen mit einer neuen ausgabe in der einzelwerte sektion mit einer forex ausgabe silvers für sie da mit einer neuen ausgabe zu den nordamerikanischen indizes und klar morgen die hochstoff ausgabe gibt es schriftlich bleibt mir nur noch ihnen zu sagen niemals aufgeben es gibt immer ein comeback wenn man daran glaubt ich sage nur denn es cowboys und mein name ist haben wir das nachhören ich wünsche ihnen dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie und formationstrader doch bitte gewogen